Schon zum sechsten Mal vergibt Die Linke den Clara Zetkin Frauenpreis. Dieser Preis soll Frauen und Frauenprojekte, die Großartiges leisten, ehren und Frauen sichtbar machen und ihr Engagement anerkennen. Denn Frauen leisten Großartiges, ob als Mütter oder als Ministerin, im Ehrenamt oder im Job, als Krankenschwester oder als Ingenieurin. Es winkt ein Preisgeld von 1.500 Euro und außerdem eine tolle Party, die in Berlin im Südblock stattfinden wird. Ihr könnt euch noch bewerben oder Frauenprojekte vorschlagen, und zwar bis Ende Januar unter www.die-linke.de. An diesem Wochenende, den 4. März bis zum 6. März, gibt es nicht nur die Clara Zetkin Preisverleihung, sondern auch die Bundesfrauenkonferenz und am Sonntag findet die bundesweite Frauenkampftagsdemo statt. Es wird also ein tolles, munteres, lautes, buntes, feministisches Wochenende, ein Wochenende ganz in unserem Sinne. In diesem Sinne, bewerbt euch und kommt an diesem Wochenende nach Berlin. Und jetzt so, bewerbt euch und kommt an diesem Wochenende nach Berlin.